halli hallo hallo ich meine lieben freunde und herzlich willkommen zur hitman beta ja und zwar das ganze auf der ps4 ist jetzt hier kurz nach der star wars session ich bin also ein bisschen müde aber ich möchte mir gerne dieses spiel anschauen mit euch und denn es ist bloß noch bis morgen da und dass wir haben jetzt sonntag und ja aber mal schauen grafisch muss ich sagen sieht es auf jeden fall schon mal top aus was mich bei dem spiel ein bisschen stört muss ich sagen ist dass es in episoden rauskommt dass man nicht gleich das volle spiel kauft das ist so die sache die müssen bisschen von dem spiel ja negativ bedrückt sagen wir mal so also apropos falls euch wundert man hat hier wirklich auf dieser landfläche stand da 20 jahre vorher oder so 20 jahre früher und dann dass man hier also man wird direkt hierhin geschmissen davor kommt ein ladescreen das nicht dass ich denke ich habe jetzt mit dem spiel angefangen nope also jäger im es es ich ich ver es 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 du es es Ich arbeite daran. Ich habe einen Fall von dir geschrieben. Es ist ein Werkzeug. Es ist ein Textbuch. Aber ich denke, es ist ein Werkzeug. Es ist nicht so. Ich weiß, was es fühlt sich an, um Leben zu nehmen? Es ist ein. 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 Ich sollte euch zu vorbereiten. Entschuldigung, Freunde. Ich glaube, ihr habt jetzt auch alles damit gehört. Ich weiß es nicht. Ich bin. Es gibt keine zweite Chance, Frau Burnwood. Nicht hier. Ich wähle ihn. Kann ich fragen, warum? Ich bin ein. Antisocial. Apathetisch und unresponsiv. Kein Wunder, das ist die Show. Vielleicht sehe ich die Möglichkeit, andere sehen die Limitation. Das ist nicht so, wie ein Handler macht, Herr. Wir sehen. Wer kann jemanden töten, Frau Burnwood. Er ist noch nicht erinnern? Wenn er er macht, er ist nicht. Wir schauen uns auf seine Geschichte. Der Hospital in Rumänien. In der Zwischenzeit, ihn in der Zwischenzeit. Die Woche ist nicht mehr zufrieden. Willkommen Sie in das der Zwischenzeit. Willkommen in der Zwischenzeit-Günyung. Ihre erste Mission hervorragend kam in Sydney, Australien. Der Taskmorьте war Calvin Ritter, also known as Okay, Eliminate Kevin Ritter. Wir sind jetzt hier in einer Trainingsmission, wie ich das jetzt rausverstanden habe. Ich bin nicht gut in Englisch. Kann man denn hier Dings anschalten? Settings, da oben. Da kommt man, ja, Untertitel möchte ich gerne anhaben. Controls, ja, werden wir rausfinden. Gameplay, Fixed Map, keine Ahnung, wie man das immer... So, okay. Ja, alle Waffen hier dritte sind simulierte Waffen. Ja, also wir dürfen nicht, wir dürfen nicht. Das heißt, wir brauchen erstmal ein paar Klamotten. Oder wir können auch... Okay, ich probiere erstmal die Tasten aus, hier. Hier kann ich bestimmt schlagen oder so. Ne, gerade gar nichts. Mh... Ducken. Ducken ist gut. Take cover. Mit Kreis. Äh, textfunde, bla bla bla. Achso, wir müssen klicken. Gut. So, wir können jetzt, äh... Natürlich, wir uns umziehen. Okay. Achso, jetzt hab ich ihn gerade. Wo kann man den? Ah. Wo kann man den reinschmeißen? Kann man den da reinschmeißen oder was? Ich stelle, wo keiner hinzugehen. Okay. Wenn wir uns mal normal benehmen hier. Was haben wir denn hier? Achso, hier kann ich mich wieder umziehen. Okay, okay, okay. Sehr schön, wir sind ein Mechaniker jetzt. Mechaniker. Mechaniker. Ähm... Ja, kann man dann von da... Ja, von da kann man rein. Als Mechaniker. People market... Ich soll mich nicht sehen, okay. Wie kann ich... Ja, was macht er? Ja, ich soll mich nicht... Ich weiß nicht, warum... Mr. Ritter lugs ihn um. So da. Hm. Da könnte ich rein. Who are you? Hört mich doch. Hey! Hm, okay. Okay, wir sind aufgefallen. Ja, das ist normal bei dem Spiel irgendwie bei mir. Wo ist er hin? Upsala. Okay, also. Man, hier ist dämlich. Ja, komm. Ja, sieht so aus, als mache ich nur noch Scheiße hier gerade wieder. Das ist ja für Hitman für mich normal. Tag. Ach so, ich kann hier. Ich kann hier die Waffe nehmen. Oh. So, okay. wir haben es wieder, wir haben wieder Ruhe. Aha. Das ist natürlich die Menschenmasse aufgeregt. Schießkommen, wir müssen uns hin müssen. Der sieht uns gleich. Päusen. Kann man denn die Waffe wegstecken? Achso, man muss das Gift holen. Ja, ich stelle mich schon wieder an. Ja, aber wird halt wie gesagt hier einfach reingeschmissen. Ich habe natürlich keinen Dünst. Wie kann ich denn die Waffe eigentlich wegstecken? Achso, hier kann man mit den Richtungstasten kann man, aha. Ich würde das gerne wegstecken. Ah, mit oben. Aha. Okay, okay, Herr. Was sieht mich denn hier? Weil natürlich diesen Typen haben. Ich mache das jetzt einfach auf meine rabiate Art und Weise. Ich glaube, den Typen hier muss ich... Ne, das ist bloß ein... Ah, da ist er ja. So, sehr schön. Alter. Ich habe mich jetzt aber schnell gesehen. Okay, wo ist er hin? Da unten läuft er rum. Nein. Irgendwie nervig. Alter. Ja, ich sehe mich ja alle. Das ist ja übel. Ja, und bei dem Ruckeln nicht... Nicht drüber nachdenken. Es ist immer noch eine Beta. Ja, wo, wo, wo war er denn jetzt? Ist er wieder hochgelaufen? Oh, ich kann durchdrehen. Entschuldigung, Items. Mhm. Guten Tag. Oh, shit. Okay, so. Dann haben wir noch dieses. Okay, wir können jetzt natürlich den hier schnappen. Zack. Kann man den jetzt auch noch reinnehmen? Ach, shit, jetzt bin ich wieder auf. Yacht Crew. Hm, also es ist im Prinzip wie das, äh, Dings. Da war es das Absolution. Da haben wir ihn hier noch. Oh, ein Hammer. Wir haben definitiv viele Möglichkeiten, den Typen. Ich nehme aber erst mal wieder das. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, bippsch. Wir müssen wieder hoch. Habe ich es jetzt geschafft, dass man mich nicht mehr entdecken kann, oder? So, da steht er. Gut oder nö, haha. Okay. Okay. Ein kleines bisschen Gift, oder so, wäre cool. So, okay. Ah, der quatscht jetzt hier seinen Scheiß zusammen. Lö, 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 lö. Oh, nein, danke. Nein, nicht vor sechs. Lö, lö, lö. Ich denke mal, das wird alles auch noch deutsch sein. Später. Oh, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Nicht? Yes, please. Lead the way. Super. Werden wir meine Target folgen? Ja, ist okay. Die Frage ist, gibt es hier drinnen Irgendwas? Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ich stück doch. Okay. So, schon werden wir nicht verdächtigt. Okay, war ja ganz gut, obwohl wir am Anfang ein bisschen verkackt haben. Und das Schöne ist, der wird verdächtig. Okay, ich darf hier nicht von der Yacht runter, wenn ich ein Typ bin. Schade. Ich kann hier nichts nehmen. Okay, ich dachte, ich kann hier jede Klamotten anziehen. Frauentoilette. Ich darf hier überall hin, denke ich mal. Na cool, wenn es hier irgendwas gäbe, weil so ein Einzelner da war. Toll, jetzt hätte ich auch eine Yachtgrube kommen können. Okay. Hm, sagt er. Kommt da jemand? Cool. So. Gibt es denn hier noch irgendwas? Das, ähm... So, dann ist auch wieder ein Polizist. Gut. Halt nicht ins Wasser fallen. Und oben. Schallali. Das ist eigentlich wieder hier rausgehen können, oder? Ja. Ja, klar. Da hinten ist Exit. Ja, obwohl wir am Anfang verkackt haben, die ganze gedöhnt sind, ja. Haben wir es doch geschafft. Ach komm. Wenn dann beenden wir, so wie wir angefangen haben. So. Sehr schön. Challenge complete, meine lieben Freunde. Ja, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, kommt jetzt hier wieder ein Zwischensequenz. Reflexes, das kann nur das Ergebnis sein, von vorherigen Training. Power wie das, mit kein Moral-Restrain. Es könnte gefährlich sein. Ich dachte, das war eher der Punkt, Sir. All Agents haben Weak-Spot, Miss Burnwood. Pressure-Points, um sie zu halten. Aber dieser... Vielleicht wäre es besser einfach... Give me a chance, Sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Ja, okay, dann würde ich sagen, und da sind wir auch gleich mal an einer Stelle, wo wir sagen können, wir beenden heute mal den Part und wir sehen uns dann morgen wieder zu dem nächsten Part angezockt von Hitman, der Beta. Und dann würde ich sagen, Ciao, bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Es gehts Rally, bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Vielen Dank.